Ach man, so ist das. Ich weiß wieder warum ich eine Baumfarm bauen wollte Marco. Warum? Aber selbst die bräuchte glaube ich zehn Jahre. Die macht es aber automatisch. Ja, ich weiß, baust du eine? Nein. Komm schon. Baue Strom, damit du eine bauen kannst. Bau an meiner Anlage, damit du Strom hast, damit dein Dings läuft, siehst du? Bin schon gut genug. Der beste Marco, der beste. Siehst du? Okay, okay. Zu viele Komplimente. Abwesend davon, dass dieser Mega V8-Block jetzt einfach in der Luft schwebt, weil ich noch nicht genug Zinnblöcke habe. Du brauchst das alles aus Zinn. Ich hätte dir Eis besorgen können oder Schnee. Das ist viel sicherer. So wie die Eskimos, die bauen auch alles in Schnee. Ich hätte auch alles aus Glas bauen können. Doppelhelix. Aber eine richtige Maschine besteht halt aus Metall. Zinn. Ich will aber Kupferblöcke. Oh Gott. Das tut uns leid. Was tut uns leid? Uns tut gar nichts leid. Das Thema hat mir auch schon öfters, dem, warum sie uns schauen. Ja. Ah, ich knoffe. I don't knoffe. I don't knoffe. Ich knoffe mal zurück hier, weil ich glaube, es wird langweilig langsam. Äh. Habe ich mir schon gedacht. Musst du mich wieder nerven. Ja, Mann. Dachte, ich kann hier rumchillen. Hopp, 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 hopp. Lecker Karotten. Ich friss Karotten bis ich kotze, kotze, kotze. Du kannst, du kannst an der, an der Dings bauen, wenn du magst. Doin, doin. Schön bauen. Schön bauen? Ja, da hinten. Ganz schön bauen. Da, wo das Generator gedöhnt ist. Äh. Ajo. Ajo. Äh. Aber da planst du auch irgendwas mit deinen Zinnblöcken, oder? Ja, weil das Ding halt noch in der Luft schwebt. Aber sonst alles, was drumrum ist. So Halle, Fenster, Boden, Kanäle dahin, wo man da, zu diesen Dingern, wo man hinkommt und so. Weißt schon. Zum Beispiel. Also auf jeden Fall ist, äh, Boden wolltest du aus Zinn machen oder die Wände? Ne, ne. Das ist viel zu viel. So viel Zinn haben wir nicht, also. Achso, also das Zinn ist schon fertig, hast du. Ja, das Zinn, also es kommt halt jetzt noch, keine Ahnung. Ich hab mir gedacht, das wird so, falls sie so eine Halterung haben, dass das nicht so verschwebt. Aus Zinn, natürlich. Dann, dann werfen wir die Cleanstone Produktion an, oder? Genau. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Aber erstmal entlade ich mich hier. Ist echt schlimm heute mit uns. Neun Tiefpunkt haben wir erreicht. Also schlimm ist gar nicht. Leute haben Spaß mit uns. So, dass wir irgendwelche verplante Kacke quirlen. Aus uns, aus uns rausquirlen. Doing, 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 360, Paz, voll in die Fresse. Bei den Rücken, Mann, von hinten. That's what she said. Ist der Creeper hier in die Luft geflogen? Nein. Wie du siehst, ist da die Anlage jetzt drin. Du hast versucht, die Spuren zu verwischen oder so, gibst du. Nein, da ist kein Creeperx passiert, sonst wäre hier alles im Arsch, schau mal. Äh, was brauche ich? Ah ja, Cleengedöns. Machen wir Cleanstone oder Cleanstone Slaps? Ähm, weiß ich nicht. Du kannst auch geschieseltes Zeug machen, oder? Geht das hier? Nee, geschieselt geht nicht. Achso, stimmt, das ist ja GT. Äh, ah ja, stimmt, aber da brauche ich erstmal Strom und dann muss ich wieder mit dem Einbau hier was reinscheffeln, gell? Ja, jo, also du könntest theoretisch, kannst du es schon anmachen, das wird jetzt laufen. Äh, was, was muss ich da machen? Also im Prinzip müsste man, ja okay, jetzt alle anzumachen ist, glaube ich, ein bisschen blöd, aber Man kann sie ja mal vollpumpen mit Lava, warum nicht? Erst doch. Man pumpt sie mit Lava voll. Okay, okay. Genau so ist das Chernobyl-Unglück passiert, gell? Machen sie einfach mal an. Kacke, die werden ja... Oh, scheiße, nein. Dammit. Nicht, nicht. Böse. Ich fange jetzt alle an zu arbeiten. Adam, bau Lava. Warum dürfen die nicht? Ja, die sollen erstmal nicht, oder? Sollen die jetzt alle arbeiten? Hast du eine Ahnung, wie viel verbraucht das ist? Und 160 EU. Alter, weißt du wie viel... Wir können damit... Damit können wir wie viel Queries machen? 16 Queries gleichzeitig laufen lassen? Nein, schnell. Weißt du wie viel das ist? Dann müssen wir schlafen gehen. Das ist dunkel. Ich lege jetzt nicht schlafen. Ich brauche jetzt erstmal diese Kacke da. Jetzt kommt wieder ein Creeper. Es geht schief. Es geht nicht schief. Ich brauche Holz. Ich habe Holz, ich habe Holz. Ich baue schon, ich baue schon. Äh... Wie viel Lava brauchen wir? 20. Hups. Da meins. Ja, Marco! Shark! Was war denn das hier? Komm ins Bett. Es ist schon dunkel. Nein. Oh mein Gott, da kommt Lava. So. Was ist noch da hoch? Alles noch nicht fertig. Alles noch nicht fertig. Es... Kann so nicht gehen. Hab gesagt. Genauso ist es mit Chernobyl passiert. Dann pumpen wir es einfach mal rein. Da haben sie auch gesagt, ja, mach mal schon, mach mal schon. Kann man schon anstecken. Wird nichts passieren. Wird schon keiner merken. So. Es war echt dunkel. Da hat ein Enderman uns ein Kaktus geklaut. Du Drecksviech. Oh. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde verricken. Ah. Kommt doch noch ein Zombie. Wo ist der hier? Das sind noch mehr. Hier. Da hinten ist es einer. Nee, da hinten ist noch... Oh Gott. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Oh oh. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Oh Gott, da hinten. Er ist immer noch nicht tot, Mann. Ich habe ihn schon dreimal erwischt. Ich habe auch schon ein paar erwischt. Zombie, komm her. Ich muss essen. Nein, 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 nein. Er stirbt. Nein. Oh Gott. Ja. Was ist das fucking Schwert? Ich mach dir hier mal deine Sachen aufschnell. Ich habe gerade 38 Nennen verloren. Sag ja, wie Tschernobyl, wie Tschernobyl, die Katastrophe kommt. Da ist noch einer, der hat noch einen Kaktus geklaut. Geh mal schlafen. Verschwinden eh gleich. Oh Gott, unsere Stadt wird schon wieder angegriffen. Komm jetzt. Oh Gott. Du hast meine Brust. Lauf. Was? Wo bist du? Ich lieg schon im Bett. Hey, warum wirst du bei mir nicht angezeigt? Komm jetzt. Ich schaue gay. So. Ja, wo bist du? Hier. Bin in dir. Ne, das ist nichts. Okay, warte, ich lau mich ein. Wieder aus. Aber es ist voll cool, wir haben jetzt einen Kakt. Aus und wieder ein. Was haben wir? Schau, was die für ein Chaos gemacht haben, die Dreckswiecher. Ja, ich habe... Guck mal her. Achso, jetzt weiß ich. Ich hatte ja gar keine Brust an. Mal komm, mal komm. Guck mal her. Was ist da? Schau mal, wie es hier aussieht. Wir haben jetzt einen Kaktus auf Gras stehen und... Einen ist geil. Wir sind PG5. Neuerfindung. Ich habe es noch gesagt. Ich habe es noch gesagt. Oh, da ist ein Knochen. Oh, da ist ein Skelett. Komm her. Komm her, Baby. Ich hätte der Banner uns auch eins rausgeklaut. Was? Wo? Ich händ mich. Wo bist du? Beim Query. So. Na hier aus der Wand. Gelingt hat er uns. Warten Chaos, warten Chaos. Okay, weiter geht's. So. Da wir ja jetzt hier... Äh... Die Maschinen laufen gerade voll. Ja. Dann wir werfen ja mal ein, zwei da an oder so. Ja, du kannst einfach einen Hebel umdenksten, also zwei laufen dann. Äh, hast du schon? Achso. Ja. Ja, okay, warte. Die haben noch keinen Strom. Ich mach mal die da hinten an. Okay. Ich möchte Strom kommen. Na, warte. Wenn ich... Wenn ich mich nicht stolze. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Aber diesmal wirklich. Da ist der Strom. Ja, kommt Strom, kommt Strom. Es kommt. Ähm... So, das Ganze wollte ich jetzt eigentlich auch so machen, dass, äh... Man jeweils vier Module hat, äh... Einzelne und die auch aufs und einschalten kann. Also, dass wir nicht so Lever brauchen. L-Lever? Äh... Lever. So. Putz, 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 putz. Und was für Wände wollen wir mal machen? Weiß ich nicht. Mach du das Design. Ja. Das ist gemein. Also, auf jeden Fall ist hier der Boden. Schau. Hier ist der Boden. Das ist der Boden. Okidoki. Warte, ich... Ich muss als Designer da von allen Seiten betrachten. Hopp. Äh... Hm. Also hier habe ich mir gedacht, ich mache das... Ich verkleide das hier so... Oh, fuck. Oh, fuck. ...wurste. Man muss halt, ähm... Also schau, hier ist dieser Block. Warte, ich... Ich habe mal tiefer Fall. Also was, äh... Du machen kannst, ist quasi, dass man hier eigentlich reinkommt. Könnte man machen, oder? Ich würde eh zuerst erstmal was reinziehen, oder so. Da, wo... Boden und alles. Ja. Da, wo hier halt die Lever drauf sind. Also das Holz habe ich extra drauf gemacht, damit ich weiß, das ist der Block, der quasi... Da muss der Lever drauf, damit man das steuern kann. Ob Lava kommt, oder kommt nicht, oder so. Ja. Okay, okay. Und... Das sieht ein bisschen verspult aus, aber kriegen wir was hin. Da kriegen wir was Schickes hin. Ja. Die Wände würde ich schon aus Glas machen, eigentlich. Aber das ist cooler Glas wieder, ne? Eigentlich... Wie dir beliebt. Wie dir... Oh Gott. Wie dir beliebt. So jetzt. Ähm... Dark Iron? Ne, ist ein bisschen teuer, ne? Warum willst du nicht einfach hier eigentlich eine Holzfarm hinbauen? Äh... Ja... Faul. Brauchst du nicht so einen... Akku... Akku... Wie heißt das nochmal? Scheiße. Moment, ich guck nach. Bevor es noch peinlicher wird. Nein? Nein? Ja... Hm... Hm... Ein Arboretum. Ein Arboretum. Was ist denn ein Arboretum? Ja, das ist das, was du brauchst. Das ist für Bäume. Was weiß ich, dass ich mal... Äh... Haben wir eine Rolling Machine schon, gell? Hä? Was ist eine Infernal Farm? Ach so, für Netherwater das? Äh... Alle rollen, 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 rollen Maschinen da hinten, Mann! Bronzer, Iron... Ne, ja... Äh... Das ist die hier, ne? Nicht die, die da. Das ist die da, die in der Luft schwebt. Nein, das ist ja nicht. Das ist die da. Aber magst du dir hinten mal anstöpseln kurz? Dann bauen wir da was cooles. Ja, ja. Was machst du denn, Rolling Machine? Was brauchst du da? Äh... Das war zu viel. Bit angestöpselt. Ich steig dir, ich steig dir, denn wir machen jetzt eine Rehbarre oder so. Was? Da guckst du, guckst du. Was machen wir? Das Zeug. Ja, ja. Da guckst du.